Guten Abend Freunde. Servus Leute. Jetzt kommen wir zur Auflesung zu unserem Gewinnspiel. Der erwartete Moment. Ja. Trommelwirbel bitte. Was ist da? Bero. Bero schnell. Genau. Du meldest dich am besten bei uns und wir schreiben dich aber noch an auf Facebook. Ja. Und dann bekommst du deinen Tabakshots zugeschickt. Genau. Als Gewinn gibt es, wie gesagt, Tabakshots und wir sagen dir dann privat, was es für Tabakshots denn gibt. Genau. Cool. Was wir noch ankündigen wollen, Neujahrsgewinn spielen? Ja, das könnten wir dann nochmal in ein Extravideo an. Was genau und dann tun wir auch sagen, was man gewinnen kann. Und was ist das? Ja, das muss ich schon mal in eine andere Zeit. Genau. Da wird es dann auch größere Sachen, denke ich, noch zu gewinnen geben. Genau. Gut. Also, haut rein. Ja. Bei der Mission Smoked Team. Ja. Bei der Mission Smoked Team. Ciao. Ciao.